Das ist der heftigste Fall bisher, von der Geschwindigkeit her. Mortal Kombat XXL sagt dir nichts speziell, abschließen möchte ich die Schetteldecke weg, brell! Digst du dir? Oh hell, warum schüttelst du so was an? Kleine Bahn und dieses Spiel ist seit 18 Jahren! Boah, denn ich bin Predator-Krieger. Der im Hintergrund ist ja geil. Das sind's du empfinden, Regi hier, Musiker, oder? Digga, du bist Volverin, geh weg! Jetzt hör auf damit! Digga, was ist das hier für ein Kautos-Fall-Krieger? Jetzt! Ein Ende! 3-3-Ball. Das ist ja mein harter Fight hier, Junge! Das ist der heftigste Fight bisher, von der Geschwindigkeit her. Wie schnell die beiden sind! Das ist ja unglaublich! Ich bin ein Predator, der nichts kann, weil ich hab mich unsichtbar gemacht. Hey, ich seh dich gar nicht, Alter! Aber man sieht dich halt echt. Ich bin so unsichtbar! Wo bin ich? Ich hau! Jetzt reicht's mir! Ata! Die! Kleine ist mit seinem X-Ray! Also... Ach! Kann auch! Kann sein! Warte, was macht ihr hin? Hallo, Mann! Kann ich irgendwas machen? Ich möchte irgendwas machen! Oh Mann, kann ich irgendwas machen! Ich muss hier gar nicht! Nicht, nicht, nicht hinhüpfen! Nicht zu mir hinhüpfen! Bitte! Lassen Sie mich in Ruhe! Au! Okay, weiter jetzt ein bisschen langsamer! Jetzt kann ich euch nicht mehr helfen! Was war denn das? Das bringt ja gar nichts, Alter! Das bringt ja gar nichts! Ich dachte, der kann was! Hinten aber das... Au! 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 Hören Sie auf damit, bitte! Oh, warte! Alter, was ist das denn? Nein! Nein! Ich hab auf... Start gedrückt! Oh Gott! Ich bin im Menü! Ich bin im Menü! Oh, nicht mehr! Du bist ja im Menü! Ja, ich hab auf den Start gedrückt! Bin auf Start gekommen! Falscht durch, du! Scheiße! Ja! Um Gottes Willen! Egal! Ich hab hier keine Chance mit dem Typen! Der ist so heftig! Deine Rasterfahrer ist! Keine Chance, du machst mich kaputt! Scheiß mal ich! Schau dich doch an! Du dringst mir die Ecke! Ich hab keine Chance mit! Oh, aber das ist es! Ach, mich zu grabben! Das sieht echt übel aus! Ja! Bitte! Ich kann darüber reden! Au! Biss Gesicht! Geputz! Und... Oh! Und Schakras! Oh! Beste andere Typ könnte es kein Bier mehr trinken! Der hat aber trotzdem gedrungen! Egal! Ein echter Bierdrinker! Okay! Keine Chance mit mir! Gibt's das Anspruch! Scheiße! Ach! Nein! 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 Bitte! Nein! Ach! Mach ihr was! Mach ihr was! Das war ne schöne Finish! Aufgesprochen! Das war zwar kein Finish, aber das war lustig! Nichts Persönliches kommt! Ja schon, ich bin fair! Erstmal mein Bart rasieren! Ähm, Bart rasieren! Jetzt müssen wir ein bisschen abschleiten! Dann muss auch ein scharfes Messer sein! Sieht eher aus wie Sonne! Ja, okay, jetzt sieht's schon scharf aus! Wenn wir es die ganze Zeit lassen, dann hat er irgendwann kein Bart mehr, oder? Ja! Machen wir den letzten Kampf jetzt? Ja! Letzten Kampf! Okay! Das Finale! Ich muss noch ein letztes Mal verlieren! Als ob! Äh... Dann nehm ich aber auch die, die ich am besten finde! Echt? Uh, ich weiß gar nicht, was ich am besten finde! Ja! Keine Ahnung bisher! Ich kann den Dröbser nehmen! Der war toll! Ach nein, weißt du was? Ich nehm den hier! Der sieht aber gar nichts! Kenshi! Ich nehm einen, den ich noch nicht hatte! Der hat den nicht... Ah ne, den fand ich herzlich! Den Tröber, oder? Nehm ich mal... Ten... Ja gut, ich nehm mal Tröber oder den hier. Ne, die Raptor hatte ich schon! Du ich nehm mal die mit den mehreren Armen, die da wegkommt! Sonst ist... Der sieht doch was... Der sieht auch was! Kommt! RANDOM MAC RANDOM Hat mir beide schon Und? Deine Uh, GZ-Cover Die Kreuzung? Gibt's einfach nicht Hatten wir die schonmal? Doch einmal Nee, doch, hatten wir echt noch nicht Die Map mag keine Kreuzungen Deswegen ist die AFN vom Kreisverkehr oder so Vierarm Typ, ich mach dich kaputt Das ist voll unfair Das sind vier Arme, das ist auch nicht fair Doch Nein Du hast ein Schwern, das ist auch kein Schwern Ich hab nur ein paar Arme Auch Ich bin auch blind Ja, das ist deine eigene Idee, wenn du blind sein möchtest Schau, da bringe meine Arme auch nichts Bist du auch blind? Ja, mehr als das Ich bin nicht mehr blind, also Auch Was ist das denn? Ich weiß nicht Das sind meine Freunde Hä Au, hör auf damit, bitte Nein, ich will nicht mehr Schon Jungen Es kommt immer auf den Schluss an, man Den Schluss krieg ich nie hin Du, k... Hal Hal Ich bin zu unserem Arme an die Brust geklappt Das aussieht Nein, war nur ein Scherz Versteh ich nicht, der Scherz war kacke Ich weiß, ich bin doch kacke in dem Spiel, das ist irgendwas lustig Schau mal, das Wasser Aua, da fängt er auch gerade durch dich Das konnte ich gerade gut gebrauchen Alter Leckte Wasser, fühle ich mich gut Echt so, echt so, ist mal Weinwasser oder so? Oh, schütt Das war legendäres Wasser Aus, Ende Wieso ist das so, ich hab geschützt Aber das ist Wasser wahrscheinlich Ich denke dann Wasser Hm, das, das Wasser war echt, das Das hat mich, das hat gut getan Auch Das tut sich so gut, die Tobi zu schlagen auch Nö, tue ich nicht Du hast mir grad so weh getan, das tue ich dir zu weh Hat ich nicht, das ist nicht nett Alter Nein Ach, ich konnte Doch, ich hatte grad Angst, dass ich nicht da Das mach ich auch immer, wenn mein Nacken ein bisschen steif ist, dann mach ich auch mal so Genau so Genau so Alter Alter, nein Ist doch ein Biss, Alter, Tobi Alter, Klappe geht's aber echt nicht Ja, ich hab's auch gekriegt Alter, Klappe Oh, wunderschön, wunderschön Komm, das tut dir gut Mh, lecker Und wer, warum ist das jetzt auch? Wie siehst du denn aus? Es bleibt so Fatality Nice Haben wir gut gespielt? Das wär echt gut Ich würd sagen, wir sind ebenwürdig Obwohl ich weniger Spielefahrung habe Also wir sind auf jeden Fall mehr oder weniger auf eine Auge Hat echt Spaß gemacht Wie lange war das jetzt? Zwei Stunden, krass Oh, wow Genug lang Das kann man jetzt nicht mehr zurückgeben Ah, Mardy Spaß Weiß ich nicht Ah, irgendwann nochmal Auf jeden Fall Auf jeden Fall lustig Oh, ich hab zwei neue Sachen, zwei neue Gegenstände Was hab ich denn bekommen? Einmal Scorpion, einmal Jax Sehr schön Wie, wo, wo? Ins Team Ah Wow Hat auf jeden Fall Speise gemacht Ich hab Concept Art Ach nein, hab ich doch Was hab ich denn jetzt noch für Achievements? Achievements Gewinne ein vollständiges Online-Match Führe ein Match im Fatality auf Vergieße tausendmal Blut, Alter Ja Die tausend Mars Blut Mars Blut Und springen in ein Match 30 Mal Alter Geil Was für geile Achievements Ja, chillig Gut Gut Dann War auf jeden Fall Spaß gemacht Ja Das wär echt toll Dann die gute Nacht Jo Und ja Also, so gehst du? Ja, mal schauen Also, ich bin vielleicht noch ein bisschen wach Aber ja Ich bin mal geoffener Dann Hab ich auch schon Aber ich war auf Schwipf Ja ja Das war so Wir haben eine Frau Wie Ich hab alle Ich hab Ich hab